Hilflos und völlig am Ende. Dieser verlassene Hund am Straßenrand von Bali hat die Hoffnung aufgegeben. Dann kommt seine Retterin. Prue Barber findet den Kleinen und nimmt ihn auf, pflegt ihn, wäscht ihn und gibt ihm was zu fressen. Murphy tauft sie den kleinen Vierbeiner, der langsam wieder zu Kräften kommt. Nach und nach fasst der kleine Vertrauen zu seiner neuen Ziehmutter. Endlich das Gefühl von Geborgenheit und einem richtigen Zuhause. Er merkt, dass er hier nichts zu befürchten hat und kann sein Leben in vollen Zügen genießen. Von der Verzweiflung am Straßenrand ist keine Spur mehr. Murphy hatte eine Retterin im richtigen Moment und jetzt hat er ein glückliches Leben.